Moin, hier Labbadia2-3. Eine kleine wichtige Info für euch. Wir haben bei einer Sunhaven Aufnahmesession, die 1 Stunde 40 geht, wo mehrere Folgen entstehen. Paar kleine große Soundfehler. Klein oder groß sucht euch aus. Sascha hört man, aka Zocker hört man leider doppelt. Das Ding ist, über ein Headset habe ich ihn nicht doppelt gehört. Das ist danach irgendwie über OBS oder durch den Controller. Keine Ahnung, weil ich Sunhaven erstmals mit dem Controller gemacht habe. Ein kleiner Fehler erlaufen. Damit ihr im Vorfeld Bescheid wisst, ich bin nicht so, was Tonspur angeht. Mit Tonspur kenne ich mich nicht aus. Deswegen, ich hoffe ihr habt da Verständnis. Also ich kann Zocker zumindest verstehen. Ich hoffe ihr könnt ihn bei den Aufnahmen auch verstehen. Aber danach versuchen wir es auf alle Fälle zu verbessern. Es tut mir leid und jetzt geht es wie immer mit dem eigentlichen Video weiter. Intro-Labi. Let's go. Und viel Spaß mit dem Rest des Videos. Moin, herzlich willkommen in LWD13 bei einem weiteren LBSQ-Video mit dem guten Zocker. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Einmal alles aufsammeln, hier was geht. Ach, hier sind wir. Oh, wer bist du denn? Ein verletzter Kämpfer. Ich bin links gegangen, wo wir mal gekämpft hatten gegen die... Ich will das zurückgehen. Ich bin noch im Weg vom Rathaus machen. Komm mal auf die Zeit. Ja, ich bin gleich da. Wer ist denn da? Hallo? Ich werde... Ich muss dich leider alleine stellen lassen, weil ich mich zum Rathaus muss. Tut mir leid, verletzter Kämpfer. Ist zwar unterlassene Hilfeleistung, ich weiß, aber ich muss zum Rathaus. Ist wichtig. Ähm... Wo ist vom Gebäuden her? Da hat er so ein Gesetz gehabt, da geil. Oh, okay, dein Gesetz schwamm drüber. So, du bist schon Richtung Rathaus, ne? Mhm. Ich weiß ja ungefähr noch, wo das Rathaus ist. Da ist ja ein Lütz hier. Ach, das war ja das Gebäude mit dem XXL-Palast, mit den Zertifikaten, genau. Ja, da weißt du, wo das ist. Mal kurz was mampfen. So. So, 1840, bin gleich bei dir. Bin schon los, gehen Sie hin. Mio-Klon, da? Mio-Klon. Oder wie heißt die vom Anime da nochmal, die andere? Stella. Ja, Stella. Achso, Y-Mil drin. Katori auch, ja, aber da ist Stella. Oh, Katori hat keine Double-Gief oder so. Wo bist du? Ach da, ich seh dich schon. Guten Tag. Hallo. Oh, ich hab tausendmal gejammt, ne? Oh, das war das Geräusch, also was ich gehört hab, okay. Hallo Luna, trotz der Drohnenringer, gut gefühlt, dass du hier eingeschrieben hast. Heißt, es ist, als ob von Helden gut ist, aber plötzlicher sind die Schlampeanleitungen veräuchten, was ist denn so, was ist denn, wie ist es denn so, die Leute, die Leichtung von Sun Heldens übernehmen? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Wir haben einen schweren Kampf nach uns, um Sun Heldens Wirtschaft wieder zu tun. Ähm, Stadtzentrum. Ach, die geht jetzt weg. Mach, mach weg. Ja, ich hab hier noch Texte, so reisende Geschäfte und, ja, trotzdem. Wir müssen die in Stadt stehen, Mann, 12 Uhr ohne. Ohhhh. Kann die altere Feuer rausgehen? Wenn wir die nach 19 Uhr anrufen, sollten die 19 Uhr an ihrem Punkt sein. Ja, und die geht bei mir jetzt übrigens erst los. Ja, warten wir mal. Ich will die gar nicht. Ich auch nicht. Die kommen bestimmt nachher raus. Und die alte. Prost. Ich folge dir einfach mal. Okay, dann gehen wir hier lang. Ich folge dir einfach mal. Wo bist du denn? Ach da. Ey, bei mir ist sie noch nicht da. Bei mir ist sie noch nicht da. Verstehe ich nicht. Ah, da kommt sie gerade bei mir. Ganz gemütlich. Oder haben wir sie kaputt gemacht? Okay. Ich hoffe nicht. Im Stadtzentrum. Ah, hier? Der hat mich teleportiert. Es gibt zwei davon. Es gibt zwei, Leute. Wunderbar, du kommst gerade rechtzeitig, um sie auf den Weg zu uns festzubegleiten. Mach mich schnell, bevor die Falsche aufreden. Ja, schnell, lass uns. Ich habe noch Black Screen. Repräsentierte. Jetzt kann ich endlich. Willkommen. Du hast dich eher teleportiert. Du bist in mir drin. Bitte was? Die unsere Wünsche und der erhabenen Abendluft, die in die Höhe getragen werden. Ich kann schon den Sommer riechen, der mit dem Wind hereinweht. Ich fühle einfach irgendwie warm hier. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist wie chinesisches Neujahr, wenn wir hier mal rumgucken. So chinesisches Neujahrsfest, ja. Da kommen wir den Drachen gerne am Anfang. Ja, da unten links. Ich habe schon erwähnt, was die ist mein absoluter Diebden-Charakter. Ja, nein. Die schönen Laternen, die Laternenfest, die sind ein bisschen neuer, kann man verbinden. Die Verheißung einer fruchtbaren... Ich habe einfach furchtbaren Leben. Ja, das hat mich dafür gebrochen. Ich habe auch sehr sehr schlecht. Alle sind alle so gedötet. Lacht ihr. Ja, wir werden Laternenfest beginnen. Berna, du darfst nicht mitmachen. Oder mitnehmen. Wie kann man das aufsammeln? Ja, hallo. Oh, was ist denn hier rechts? Oh, du bist nicht zufällig die Farmerin in die Stadt, oder? Ja, das ist richtig. Woher weißt du das? Okay, das ist geil. Guck mal auf die Zeit. Woher vom Begleiter? Ich habe das. Emma. Ach, hier. Ach, hier, mein Kettchen. Ein Laternengeist kann man kaufen. Wir haben jetzt aber nicht genug Geld. Das kann man hier überhaupt machen. 21.03 Uhr. Ich glaube, die Zeit ist stehen geblieben, ne? Könnt es sein? Ja, vielleicht verkaufst du. Das ist geil. Okay, frechtliches Essen. Fächtliche Orangen. Hast du meinen Erfolg? Was hast du hier? Fächtliche Orangenbaum. Da ist gut. Orangenbaum? Elisa. Elisa. Emma. Elisa. Okay. Ich habe mir wirklich kein Geld mehr. Oh, ich sehe es gerade oben. Hast du was gekauft? Wir haben auch Orangenbaum gekauft. Oh, geil. Dann ja, neben den Garten, Jan Franz. Was wirst du dir wünschen? Warte, vergiss es, versuche es nicht. Tschüss. Ich bin hier bei dem Drachen, wo die hier mit den Köpfen auf die Mauer gucken. Elisa. Wenn diese Wünsche wirklich wahr, wirklich wahr. Wo? Hier, guck mal. Hinter dir. Hinter dir. Hier, umdrehen. Hallo. Hallo. Oh, ist so schön, ey. Dieses Fest. Oh, hier. Vor allem, wir müssen mit dem alten Faktor hin, dann können wir das Fest beginnen, richtig. Hier, Bern. Aber ich komme hier, aber ich komme hier vorne nach oben. Ja, ich will das auch unbedingt erstmal mal an. Oh, das ist ein schöner Meer hier. Das ist so geil. Warte, ich komme gleich und Mahlzeit. Hey, beleidige die Mutter nicht, ja? Bei mir gehen deine Mutter mit Kind rum. Oder Kind der. Wer bist du denn? Oh, 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 oh. Hab ich nicht gesagt, kotzer, da kürzlich. Oh, 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 oh. Liam, den kennt er noch gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab die vergessen zu deaktivieren. Naja, was sollt's so? Scylla, nee, hab ich noch nicht angekatscht. Menschenreifeste sind so seltsam. Da muss man ganz fest veranstalten, nur um eine Party zu feiern. Das wäre eine ganz normale Nacht in Lysergate. Und Darius? Ist es das, was ich schaue? Die sind geil aus, ja. Als Feierbetrachter. Das ist das Suckerbus, ja. Die Feierlichkeiten in Lysergates sind viel großartiger. Ich nehme an, man muss... Der will dir was verkaufen für 3000, kann ich dir schon sagen. Man muss mit den Arbeiten, was man hat. Ja, das stimmt. Lattern, können wir mal nicht mal gucken. Darius? Okay, da ist ein... Einfach mal ein Dämon. Naysville, schön dich wiederzusehen. Ich lass mal das festgehen hier. Ja, warte, ich komme auch gleich. Ich will nur noch Naysville quatschen. Ich wünsche allen meine Soldaten, die hier sind, sie haben einen freien Abend. Ja, das glaube ich dir. So, ich komme zu dir und dann starten. Und let's go. Oh, Bernhard. Ich hab Bern gelesen. Bernhard, das haben wir doch schon mal so gesehen. Fangen wir an. Beginnt er mit die Feierstellung. Fantastisch. Alles mal hören, bitte. Fangen wir an. Ich hoffe, ich... Äh... Äh... Es ist kein Bug, nein. Für einen gedacht. Ja, aber... Irgendwie fühlt sich das aber gut an. Warte, was? Oh Gott. Ja, mit deinem Flügel und mein Flügel. Ja. Ja. Verbindete. Die flackern da ab und zu. Ist überhaupt kein Träger. Nein, nein. Schick mal ein Wischen in den Himmel. Ah. Ah, der wird bei mir in den Himmel geschickt jetzt. Ach, gut. Da ist... Oh, Alter, mit dem... Oh, Alter. Oh, da ist ein Dach. Alles zusammen. Schickt eure Wünsche in den Himmel. Oh, mit dem Karussell... Oh, Alter. Oh, Alter. Der Grünler war mein Abwunsch mit ein paar. Ja, da ist ein Drache. Da ist ein Mond. Da ist der Kölner Freizeitpark. Warte, was? Nein. Schiffen. Bitte nimm's mit Humor. Bitte nicht böse nehmen. Ja, der Hust ist gleich kam. Vielen Dank. Kükenlaterne? Hühnerlaterne? Kockellaterne? Albenlaterne? Mhm. Ich nehm... Kükenlaterne. Alben. Gockell. Hühner. Alberne Hühnerlaterne? Gockell? Ach, nehm... Tu? Hühner oder Kükenlaterne? Ich nehm Kükenlaterne. Ich nehm Kükenlaterne. Wir werden unbedingt schlafen gehen. 23 Uhr flackert schon. Ich nehm auch Kükenlaterne. So, und dann würde ich sagen, wir müssen schnell pennen. Schnell rein. So, ich bin zuhause. Und du? Bumm. Hä? Ich hab die Staschen. Ja, nice. Ich auch. Und dann kann ich ja mal den Orangenbaut anpflanzen. Ja, gleich neben den Garten am besten. Das würde ja passen. Richtig gut barschen. Ich hab ein fechtlicher Orangenbaut sogar. Spezielle Haare. Fechtliche Orangenbauten verhackend. Kieselsteinchen streicheln und raus. Vergessen. Hast du das ernsthaft vergessen wieder? Äh, ähm, ähm. Wir haben Sommer. Der Garten brennt. Der Garten brennt. Ich muss schnell mit der Gießkanne. Der Garten brennt. Oh nein. Wir haben auch was reif hier. Ich hoffe, das geht hier. Nein. Äh, äh. Man muss Feuer löschen. Achtung, mit der Gießkanne. Ich brauch dich. Ja, ich brauch. Ich muss hier auf. Dann haben wir wieder aufgießen. Ja, ich auch. Meine Gießkanne ist leer. Nee, die ist gar nicht leer. Aber warum kam nichts raus? Loll. Okay. Das war anscheinend ein Bug. Keine Ahnung. Hallo, Feuer. Ich bin die Waffe abgießen. Verwechselt. So, nur so. Das erntest du bestimmt, was da ist. Ich bewässer hier mal. Schnell sofort. Was da auch nicht. Sommer Token haben bekommen. Okay. Sommer Token. Okay. Endlich in den Sommer gestartet, ey. Oh, Alter. Oh, das war gerade kurz ein Schreck für mich. Weißt du das? Wo wird der wohl wieder Baum kleiner? Oh, schöner Baum. Du, 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 du. Oh, ich glaube, ich kann upgraden, damit das mehr hält. Ja. Damit das mehr hält, Kapazität, und glaube ich, ja. Erstmal schnell hier die Pflanzen retten, bevor hier wieder brennt. Ist ja nur Sommer jetzt. Aber es gibt jetzt nicht hier spezielle Sommerpflanzen, oder? Bei mir stand immer für alle Jahre... Ja, du, wie stand die Welle, wo du siehst. Jede... Ja, bei mir stand bei mir... Dem sind hier perfekt neue Pflanzen, bro. Bei mir stand bisher, ähm, für jede Jahreszeit... Ah, haben wir alles okay. Bredika, Professionel Path to Devolivary Servicium angemeldet haben. Geht noch länger mit dem Namen. Du hast dich für das Baby-Bear-Paket angemeldet. Bitte was? Was? Tierenwahrung. Oh, ich hab jetzt die. Ah. Bisher nur jede Jahreszeit. Ach so, ich wollte am Verkaufsautomarkt. Ja, ja, ja. Ich brauche das rostige hier, den Euler. Mein Invertrag ist schon so voll hier. Wie kann man nochmal drehen mit R, ne? Nee. RS-Hotel, ja. Ich hab da eine Fähigkeit, alter Problem. Mal da mal. Dreh mir, oh! Wir kriegen das Geld gut wieder rein. Das gleiche ist schon Sachen. Die Seesterne rechnen. Schade. Ruhig wieder raus. Warte, ich bin hier grad noch dran. Ich guck mal, was? Äh, Seite wolltest du haben, ne? Oder? Null. Warte mal. Wolltest du die Seite haben? Äh. Wir brauchen keine Seite. Ich hab eine Null, aber... Einfach hergeben. Warte mal, lass mich hier mal. Nicht lange schnacken, einfach hergeben. Nicht lange schnacken, einfach hergeben. Ja, hör mal auf, dazu bewegen. Äh, nicht lange schnacken hergeben. Zubefehl. Äh, Controller, danke. Fallen. Bitteschön. Ist nur eine, aber besser als keine. Mhm. So. Macht das deine Hühnerlampe hier, die du da gerade hinschlecht hast? Mhm. Und da links ist der Baum. Ja, den hab ich schon gesehen. Das sieht geil aus. Der ist noch klein. Der braucht vielen Tage zum Backen. Oh, schon ordentlich. Das ist ordentlich, du. Äh, der ist da. Oh ja, oh. Und ich hab noch 11 Kartoffeln. Brauchen wir mal. Warte mal. Ach, ich hab dir ja gerade gehört. Das machen wir irgendwie blöd. Passiert. Äh. Hier kommt meine Lampe hin. Am Webstuhl, ja, Leute. Das ist schön. Äh, hier. Hier. Äh, einmal Mampfen. So, dann hab ich mal hier ein paar Upgrades. Wie viel brauche ich für ein Schwert? Okay, Tron, noch zwei. Gehkanne. Einen Gehkanne. Eisengehskanne wäre sehr gut. Oder hab ich eine? Warte mal. Ja, meine ist sogar eine Eisengehskanne hier. Geh, geh, geh. Ich hab acht. Wie viel hab ich noch? Vier, okay. Ich mach mir einfach ein Schwert und dann leg mir mal ein. Ich bin ja jeder Nahkämpfer. Äh, ja. Bin ich ja einer reine Fernkünstler? Ich bin ja einer reine Fernkünstler. Ich schwert mal, ja? Hab ja beides. Ja, stimmt das. Ich bin da wohl schon wieder in der Küste, aber da können wir noch hin, weil wir Brücken brauchen. Ich stell mir Brücken nochmal, ja. Mit dem Bautisch, ne? Mit dem Bautisch, glaub ich, ja. Oh, hier kann ich, oh, die Bäume wachsen wieder. Geil, da kann ich bald wieder Holz fahren. Juhu. Kann ich mal hier oben mal lang gehen, einmal. Äh, was ist die belegte Holzbrücke von Herrn, das belegte? Wir brauchen fünf, fand ich. Oh, ich hab gerade nix. Holzbrücke und vielen Hardwarenbeinen. Man merkt, ich hab gerade nix zu tun. Ich geh mal zu deinen Tieren, wenn ich mal streichle, dann kröme ich mal, ob ich den Strand wieder saumachen kann. Weil die Seesterne bringen auch gut Geld, hab ich festgestellt. Oh, Applebäume. Ah, die können wir auch sammeln, muss ich schon. Einmal schütteln. Da währenddessen Fiona aus deinem, hinter deinem Haus rauskam gerade. Warte. So schnell. Ja, was ist denn die Feuchte? Genau hinterm Haus, sie ist versteckt. Äh, ich komm nicht mehr zum Strand, ich hab da Mops. Oder was bist du? Äh, Naschbär ist das. Ah, müssen wir den wieder füttern, oder? Äh, Mango und Ananas. Haben wir doch noch gar nicht. Apple, Orangen. Na, hab eh nix. Mango, Pum. Oder was, wo, Ananas? Wo weg, dann überhaupt? Äh, du brauchst mir was. Keine Frage, Ananas, wo noch Mango weg? Kann ja sonst mal in den Stadt gucken, was man was findet am Samen oder so. Oh, Samen. Oh, 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 oh. Ich guck mal in den Stadt. Ach ja, ich kann ja in den Hangeln oder in den Bosch, ne? Nein, haben wir nicht. Ich kann ja mal schnell hinspringen, Dackeli. Hütchen. Gesundheit, da klang gerade bis zu mir. Wir 100 Kostas Schwertüfen verkaufen. Gruppe Schwert. Lass mich rein, ich bin wahrscheinlich. Vorbeigegangen. Ich bin glaube ich vorbeigegangen. Ich bin glaube ich vorbeigegangen. Amorode ist jetzt der Verkauf auf meiner Amorode. Ich werde nie den Scheif machen. Trinkt die viel. Ich werde dir einfach immer statt verkaufen will, den meiner Küste packen. Wir haben am 14. Sommertag ist übrigens ein Musikfest. Laut Planer und am 28. Sommertag ist ein Sommergrillfest. Oh, das hört sich geil. Musik und Grillfest. Reissamen, Tomatensamen. Ich guck mal, vielleicht haben die hier auch neue Samen. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche das. Äh. Wir hatten nur das gleiche. Wo war das nochmal? Das war... Das war... Nee, hä? Bin verwirrt gerade. Die sind keine neuen Samen. Oder war das Bergbau? Okay, das war Bergbau. Von einem Level im Bergbau, dann kann... Die Magie in Richtung Frechheit. Okay, hier gibt es auch keine anderen Samen wie Mango oder Ananus. Vielleicht kommen die ja noch. Wer weiß, wer weiß. Aber hier im Laden, was Samen angeht, nein. Ich komme ja mal zurück. Halt, ich sammle die Apple noch auf. Halt. Stopp. Genau. Apple? Hallo, Lucia. Stufe 16 erkunden. Uh. Aber es geht mit Controller echt schnell. Auch hier mit Stufen fahren. Etc. Ich komme wieder nach Hause. Geh mal vom Museum. Jo, hast du was gefunden? Ich habe ein paar Dinge vom Einlagern da. Ein- und Auslagern, okay. Ich mache mal hier ein paar Steine weiter. Mit dem Abbauer. Ich habe da gerade... Ich habe dich gerade in den linken... Teil des... Meine Bildschirms noch... Vorbeifuhung und wehnt. So. Jo. Ja. Ich kann mal hier links weitergehen. Mal gucken, was da ist. Höchstliche Wilden. Oh, hier ist eine Truhe. Wollen wir dann mal nicht mal... Am nächsten Tag... Ein Sepp mal nicht mal bekommen, oder? Ja, gerne. Münzen und Saffierring. Ich habe eine Kiste gefunden hier hinten. Aber da brauchen wir eine Brücke, ne? Ne Brücke, ne Brücke, um rüberzukommen. Ne Brücke. Ne Brücke, ne Brücke. Ne Brücke, ne Brücke, ne. Wo war der erste? Versteiner Baumstamm. Hier sind noch Steine. Halle der Ehsteine. Halle der Kultur, wahrscheinlich. Halle der Kultur, glaub ich. ich kann also ich dachte ich habe ok wir brauchen noch hinbeer und Erdbeer und dann ist dein erstes Teich noch fertig ok ok da haben wir noch nichts und dafür Summer Culture Bundle und dafür Finderkultur, da braucht keiner angucken Herkultur, ach gibt eben jeden aaaaah cool Bloom Bundle Wo bist du denn gerade im Museum ne? Ich habe es mir schon wieder vergessen, ja wie immer Na? Ey irgendwas Bundle Ey irgendwas Bundle Irgendwas Bundle Irgendwas Bundle Erkundung Bundle 1, 2, 3, gleich, gleich, auf einmal, nice 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 Ja Ja Oh oh ich ahne wie es ist Da hab ich auch Fertig Fertig Äh hallo Danke Ja So hier unten, oh Gott hier unten sind ja noch Steine Ja Moinsen Ähm Ach hier kommt man denn hin Kommt man hier sogar bisschen vor deinem Haus Aber in dieser Abdingen zu Ah Diese Anhöhung oder was das ist Groß Halt aufsammeln nicht vergessen Hier ist kein Stein mehr Nö Nö So die Steine sind alle weg Jetzt entnehmen wir Halt Muss auch die Dreppne nehmen Drepple 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 Ich geh mal von hier Ja Achja da knot ja der Nassbär Ich geh mal hier drüben die Seestelle Gibt es eigentlich noch einen anderen Weg zum Strand Äh Mach klar was rum geht Ok hab ich mir schon fast gedacht Alles Leicht Geh mal Habe ich noch einen Ja Versperrt die Miene Oh nein Wir brauchen vier Eisen Ich hab nur drei Wie sollen wir mit einem Eisen dran kommen Scheiße ich hab auch kein Eisen mehr Ich hab welchen Eisen Barren noch Ich brauche Kohle Brauchst du nur Kohle? Oh Gott hab ich überhaupt noch Kohle? Kommt drauf an wie viel Viel hab ich nicht Warum machen die Perfekten Wir können alle Fischbär Ich hab vier Können wir die nicht einfach abschlafen? Einfach kämpfen meinst du? Einfach Verbrennen und verhacken Schnellen und so Ok dann müssen wir aber in Zukunft merken Dass wir da Reserve brauchen Ok Strand bin ich schonmal Bin außen rum gegangen Die Hälfte ich nach Ja Ja das Können wir keine Köpfe Boah aber geil wie die die Bademeister auf dem Strand sind Das ist geil Oh hier liegt auch ein Bär Hier am Am Angel Pier Und der braucht Der braucht Ein Bratrücken Sengenden Tittenfisch Und sehr gute Angelrute Ich komm zu dir wo auch immer du jetzt bist Ich hab vier Kohle Reichen die? Damit Denn ich weiß wo du bist Da wo ich immer bin Zuhause Wo immer Gut Wo bin ich denn gerade? Achso ich kann grad nicht springen Äh ich bin hier muss ich hier abbiegen Ok die nächste links So ich komm So ich komm Ich würde nämlich auch gleich nochmal zur Mine wollen Ein bisschen mal Abwechslung reinbringen Hallöle Ähm Ja Schillig Schillig Ganz ruhig Ganz ruhig Bitteschön Gerne Gerne Wie viel bringst du nochmal? Du bringst nicht Na die vier Pilze kann ich auch essen ganz ehrlich Die Pilze Oh der Saphir Ring bringt hier vierfache Lebenspunkte Kann man hier ein Loch Ja kann man zumachen Ja nice Ein neuer Ring Erstmal paar Pilze Hört sie nicht falsch an Oh jetzt nochmal eine Orange Orange ne? Ja Und nochmal eine weil sie schön ist So Na schade jetzt wollte ich auch springen Hehehehe Und? Hat's gereicht? Mhm Oh Gott sei Dank Mach Sheriff Sharon Boah Jetzt geht's bloß zum Fertigkeitspunkt Fertigkeitspunkte Hochsprung Ok So Hochsprung Uh Oh jeho Ich folg dir auch zu Mine Komm Das Flüche wird gefallen kann Wahrscheinlich da äh Maus für kurz Über Museum den Weg wahrscheinlich für die Fahrer Ach ich tue schon Ähm Über Museum oder Museum Hier Ja würd ich sagen Da in die Kölner Museum da Morgen Machen wir die Hauptstelle weiter Einen Bergmann Berg 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 Da hab ich auch bekommen tatsächlich Äh welche Ebenen waren nochmal Eisen Von 11 bis 20 Ähm Gut ich werd ab Ebene 11 mal Bisschen Eisen Ich werd mal her Bin jetzt auch verletzt Ich mach jetzt mal Alle aufschliefen Gut ich werd mal mich da ranwagen Aus der Ferne Keine Untrie schick die Nussgup machen leider Hehehehe Hehehehe So was bist du hier? Bist du schon Eisenerze? Ja du bist Eisenerze Das ist gut Halt da ist ein Drecksvieh Heißschlöse? Ich hab nach unten nicht nach Egal Halt ne ich geh oben lang Coole Ebene nach unten Kann ich hier äh Kann ich hier ausweichen? Nein Warum soll ja auch ausweichen können Befuh Heißschlöse Dann in der Letze Dann kann ich endlich in die Neue Ebene 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 Ich will den abbauen Danke Ok ok Mir fehlen Fehlt doch noch ein Schiff Habe ich schon übrigens erwähnt dass Leonie wieder Trains in Verge spielt Das hier ne Aufnahme mit der Benachrichtigung Ok Oh Riecht Trescherhund rein In den Mainzen Nice Habe ich noch nicht bekommen Erdkristallrubin Große Fischernetz Oh Oh Hä der greift mich gar nicht an Oh doch Der greift gar nicht an Weil ich nicht mehr an greift Ich werde auf die Deutsch-Vurkene Dame bitten Und Hoffentlich genug Ah ok Aber gut Das ist mit dem Controller noch bisschen schwierig Keine viel Guck mal schnell was essen hier Guck mal schnell was essen hier So Ich habe eigentlich mehr Äppel als das Da ist ich lieber Äppel Ganz ehrlich Gold Gold Oh Ah ne alles gut Hier ist kein Erz mehr Den brauche ich auch gar nichts mehr weiter abbauen Oder brauchen wir irgendwie noch Stein oder so Äh steine material die man nutzen kann Also wenn der Stein darf Wir haben eigentlich noch sehr viel zuhause eigentlich deswegen Ja trotzdem Ja dann baue ich noch ein paar große Steine auf Ohne fehlen neue Erz Was ist denn das hier? Das ist Mitri 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 Dann würde ich sagen Ebene 12 als nächstes Ich glaube mit Controller wird der Jump and Run dann auch einfacher Das wäre ja auch geiler denn Wo ich ja mit der Tastatur ja immer noch Probleme hatte Wo ich ja mit der Tastatur ja immer noch Probleme hatte Mich nur noch geflucht hatte Ja Nicht nach oben Hier Ja 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 Angriff nehmen wir haben willst du mich verarschen Dann hätte ich den Stahlschnecke tötet Naja Falscher Knopplabby Dann gehen wir auf die 29 und fahren mit der Die Richtigung und dann gehe ich schon nach Hause Weil wir an der Gleis 20 Uhr Ah scheiße Scheiße Schieße Egal Dann ignoriere ich jetzt mal den Stahlschnecke Oh Münzen Kann ich denn den Weg blockieren? Schnell beeil dich Äh Ich habe einen Saphir gefunden Nein 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 Diese Viecher Da sind alle voll Ach weißt dann Hast du mal einen Heal Kit für mich? Provieren Achso Ne alles gut Mal jetzt anders Was? So Wie denn? Interdimensionale Heilung Genau Ich gewinn Ah ok Ah da ist an sich kein Eisen mehr Denn Oder doch Ne das ist was anderes oder Ich bin mir nicht sicher Diese blöden Stahlschnecks Ey So jetzt mal beeilen Boah ich bin schon aus dem Kampf Eisenerz doch war richtig guter zurückgegangen Nein du blödes Kacksi Nein 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 So ich nehm das mit mir Ich hab Ich hab Wix Ich weiß nicht ob der Reich Egal ich mach ihn nach Hause Ich muss auch nach Hause Verlass die Mine Ein paar Eisenerze gefunden In der Falle In der Falle Äh Kampf Dafür Dafür Wie du kurz aufgeblockt warst Du griffst mir nicht Du griffst mir nicht Düm 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 Oh es Nein ich hab kein Barnabär Ah schade Ja Glückwunsch Ja Glückwunsch 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 Hetzigen Glückwunsch Hetzigen Glückwunsch Zur Einschulung meine Damen und Herren Jawohl super Warte mal Warte mal Kann ich mein Eisen da noch schön mit reinschmeißen Oh Mitre Geht man Mach mal mit Feuertal Äh Äh Geht nicht Wir haben noch Feuertal Wir brauchen nur einen Ich schmeiß mal Eisen mit rein Jetzt wären wir ein Fan ne Äh Ja Ich hab die Kessel weg gemacht Machen wir ja nicht mehr Ja So schlafen ja 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 weil die Zeit bald um ist deswegen frei Ich kann in den Kopf gucken Ja Ja gut ok Oh 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 Ähm Du speist das Feuer Ah Je schneller du die Tatsache akzeptiertest Je eher kannst du deine Wahlgröße erreichen Jetzt sind da ne schlimmerne Monddrachenschuppe fallen Aber erst kommen wir uns um den Garten Für die Dichtgröße dauern Dann let's go so Ach Kiesestein Kiesesteinchen gestreichelt Jetzt kommen wir uns schon hin Ja Ja Gott sei Dank So Rogi Und Deine Kumpelkasse Die lassen wir hoch Feuer gelöscht So wir müssen gießen Hier ist erntereif Übrigens Ja jei Komm ja schon Leonie spielt wieder Tränzen wird Ich muss die Benachrichtigung echt mal deaktivieren lassen Ach ich hab da noch Warten Mensch warum hau ich denn schon ab Ach die Rosen sind aus schon Alter Ach Ach so ich mach eine Rose übrig lassen für Äh Dingsen Für Dingsen Ähm Na Äh Museum Ja Äh Wo bist du Ich geh schon hier Ne nicht du Die Die Sens ne Weil ich wollte grad helfen Aber ok Ne ja Ich muss schnell Wasser noch nachfüllen sonst vergesse ich das fürs nächste Mal Na Drei machen Außer eins Außer eins Genau eins Genau ein Pixel Brrrr 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 Mitgelbaffen was Ok Bewege mich mal da Warte ich muss nur noch das eine Feld gießen Äh Äh Ey Wie der hier überall durchgeht weißt Wie der hier überall durchgeht weißt Wie der hier überall durchgeht weißt Wie der hier überall jaa Kommt schon Dsch 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 Im Museum Überm Museum müssen wir da Überm Museum müssen wir da Rast Wenn wir mal die Map auf Man kann da gehen wir an die Map aufhle Okay man kann auch nicht springen Oh geil Vorteil für mich Mh 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 888 Mh 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 aber wie wir aber wie wir beide gleich gucken gehen weißt du? sowohl beim Oktoberfuß als auch beim Panda und wer bist du? Arne aber da fällt die Alte Krüfte die Alte oh, krieg gleich Husten anfeuert ja, 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 ja nee, das sehen wir jetzt erst hier oben Lagerfeuer setzt euch ins Lagerfeuer ah, 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 oh, das ist ein Ding oh, Feierkristall oh, Feierkristall oh, was leuchtet denn in der Mitte der Slumme? ein Feierkristall, was ist das für ein Feierkristall? untersucht oh, Feierkristall ein verlassenes Zelt, ok äh, geh mal voran ja, ich komm, warte, ich komm schon ich komm schon ah, schade kiff dir versuch, was wärs haha, meine Äppel ok ok hier oben ein Waffener der will Schöne Äppel Banner gequetschte Banner und grüne Paprikaflocken Äppel kann ich ihm geben muss mich nur ranlassen so ich bin mal so nett aber man kann trotzdem weiter öffnen gehen, äh die Äppel kann ich ihm schon mal hier brav fabrizieren äh, Bananen so wo bist du denn da? aber Bananen wenn wir vorher Bananen kaufen gehen im Laden gab es da, glaube ich, nichts was Bananen mal übergucken vielleicht finden wir die noch Orangen oh nein, drop in one wie ich's vermisste aber aber oh, ich hab's geschafft oh, mein Gott gefüttert oh, ich bin schon weiter okay, wir brauchen mal ein Schiff von hier wo ist ne Truhe hier sind Gegner bei mir Alter, was ist das denn? ein Bobloch Bobloch, oder was ist das? Bob Bob ich komm schon Bob 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 nein äh, Hilfe äh, waaah der kommt genau zu dir ein Sammeln ja Leonie, ich weiß, dass du Trainst und World spielst alter Knopf da oben ist ne neue Frucht an dem Bäumen neben den Apfel ah äh, erstmal Viecher ja, danke ich kümmer mich mal drum ja, das ist mein gleich Mann, der hat mich immer Was bist du? Blaubeeren! Wir haben die ersten Blaubeeren hier gefunden! Okay, Gloridhöhle, Tiefe Wildne, Stadtvornamen. Wir müssen Gloridhöhle ein, oben dann, oder? Ja, Pfeil zeigt noch oben. Tiefe Wildne, wir wollen auch die Tiefe Wildne dafür bitten. Ja, wir müssen aber gleich Schluss machen. Ey, hier oben! Tiefe Wilde, Tabu, wie werden denn hier? Private Bauarbeiten? Ja, nehm ich. Du bist ein schlechter Gloridhöhle, ja. Grund, der Himmel, und der der Weitsche in ihr von den Kryptern. Private Haufen? Bei mir 500, vielleicht bringe ich... Ich mach Kämpfen. Ich mach, äh... Kampf. Defender of the Forest. Jetzt bist du dran, Junge. Oh Gott. Alter, ich hab die gewohnt, Schüttel. Ich hab die gewohnt, Schüttel. Äh, ich muss noch. Mach das, du weg, komm. Alter, ich hänge hier fest, Hilfe! Ich hab Gloridhöhle, komm. Oh, das war schon. Oh, Alter. Hilfe! Alter, ich kann ihn mal ziehen. Ach, okay. Okay. Sende dich dann hoch an der Größen-Kaseone. Okay. Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, wie ich vorbeifahne, auch getretene, fehlende Fünfte. Ja, ja. Ja, ja. Also, ver... 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 verlaufen, hm? Warte. Weil du mich schnell getötet hast? Ja, hallo? Kann ich dir nicht helfen? Ja, ich weiß. Nee, falsche Waffe, Scheiße. Ich will immer den anderen Knopf drücken, aber das ist ja falsch. Ein paar Sekunden später. Ich brauche nur noch einen Hit. Jawoll. Fertig. Tiefe Wilden. Guck mal, guck bei der Tiefe Wilden rein. Mach, dass du wegkommst, du kannst dich glücklich schätzen. Mach, dass du wegkommst, du kannst dich glücklich schätzen. Dein wirken die Tiefe Wilden. Ich drehe mal wieder um, aber mit Feuer fällt den Baum hier. So laut ab. Wie spät haben wir es gerade? Wir müssen jetzt eher... Äh, 3,50. Ja, ich geh schon mal Richtung nach Hause. Hast du nachfingern gewammelt? Gut, dass du mich gerade erinnerst. Ich würde schnell zurück. Pfff. Oh nein, das sind wieder Gegner. Ich bin schon reingegangen. Ich zahl jetzt einfach. Jetzt machen wir mal die andere Methode. So haut ab. Wir haben genug Kohle. Äh, hier? Nee, hier kann ich nicht rein. Ah, jetzt ist ein Schlüssel. Ach nee, warte, warte. Wirklich das nicht, oder? Hm, was soll ich denn haben? Ich kann mal hier... Na, du brauchst ein Gloriegrift. Schwarzer Diamant hab ich. Wende dich an Rosa in den nördlichen Kaserne. Äh, wenn ich den Kediball noch reinhören kann. Jo, mach das. Ich... Hau ab nach Hause. Äh. Ach, ne Gute! War gut. Aber wir haben auch mal beide Seiten mal gesehen. Bei mir gibt's die mit den Münzen. Und ich hab hier einmal mit Kampf gemacht. Auch. So kann man mal beide Seiten sehen. Und übrigens, wenn man die Münzen gibt, kriegst du auch ne Errungenschaft. Nur so nebenbei. Er hat ne Errungenschaft bekommen. Er hat ne Errungenschaft bekommen. Ich hab Kämpfen und Münzen. Ich hab beide. Ich hab beide Errungenschaften bekommen. Äh. Wir kommen hier nie weiter. Illegal glorisch gesammelt worden? Mhm. Jeder verdient ne zweite Chance. Oder ich hab ihn in eigenen Augen gesehen. Er ist schuldig. Das war der von vorhin. Sag du. Rein oder nicht? Ich bin schuldig. Das war doch der von vorhin. Den Kämpfer? Ja. Schuldig. Okay. Entschuldig. Weg die Tür. Du hast LaBelle gehört. Bring ihn weg. Mit Vergnügen. Ja. Ich meine, jeder könnte ne zweite Chance geben. Aber ich nicht. Wer gegen uns kämpft. Ja. Wir haben kein Geld. Ja. Ich kann leider kein Geld haben. Auf einer totalen Geldverschmeldung. Glaub ich. Das ist aber sofort. Ich kann leider nicht springen. Äh. Du bist einzug. Also. Ja. Ich hab mal 40. 40. Würzig. 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 Oh. Ich hab einfach mal beides gemacht. Ich hab einfach mal mit. Nein. Nein. Oh. Oh. Ich hab noch. Äh. Die Karotten. Die Karotten. Ja. Die Karotten. bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Labi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.